ja hallo leute ich bin es wieder euer masterkiller wir spielen escape von tarkov und ich zeige euch heute wie wir die task vom prapo die task nummer 2 abschließen und zwar checking wo man diese bronze pocket watch aus diesem lkw holen muss vor sollte ich sagen der key den ihr von den lkw braucht den findet ihr im dreistöckigen daumsgebäude und zwar im raum 205 und zwar hängt eine jacke an der wand und da findet man den key normalerweise drin denn das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen das reicht ja als informationen so den schlüssel erholen und alles weitere zeige ich euch dann jetzt gleich wie man die pocket watch an diesem lkw raus sollt so ich habe mich jetzt hier entschieden dass wir customs von hinten starten quasi weil die uhr ist recht weit vorne dann bei construction bei diesem lkw da macht es einfach sinn weil man dann nicht mehr viel viel weg mit der uhr zurückzulegen hat so hier ist man jetzt bei customs so bei diesem lkw ist die besagte nur dann muss man aufschließen mit dem besagten schlüssel und dann liegt die uhr da auf der fahrer seite auf dem boden so da werden wir auch schon wieder beim ende ich hoffe es war informativ und hat euch gefallen wenn ja lasst bitte den daumen nach oben da und den kanal auch gerne abonnieren ansonsten dann bis zum nächsten mal und zur nächsten tatsache ciao